weiter geht's so wir machen weiter wir gucken gleich mal nach holz haben wir jetzt nicht dabei wir brauchen ja noch mal da war noch ein stöcker wir brauchen weiter spitzhacken oder eine zumindest erst mal so haben die wenigstens fallen lassen zumindest eine da oben hoch dieser verdammte enderman kann ich endlich mal wieder zu machen hier und Untertitelung des ZDF, 2020 Also da musste ich glaube ich keinen sitzen, aber hier und theoretisch da auch nicht. So, das haben wir. Und ich würde jetzt eigentlich gerne noch ein paar Kisten da unten hinladen. Ähm, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die Melone können wir irgendwo drücken gleich. Das ist Erde, die können wir auch gleich mit runter nehmen. Die Kiste, die eh schon voll ist, eigentlich. Werfen wir gleich mal rüber. Und die Weizenkörner können wir auch gleich langsamer aufbrauchen. Gut, wie sieht es hier aus? Alles fertig. Haben wir jetzt zur Not noch ein paar? Ja, haben wir. Okay, Seelen-Sinn brauchen wir definitiv noch, dann müssen wir nochmal eine Tour im Netan machen. Ähm. Ähm, 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 ähm. Da. Öhm. Öhm, öhm. Ja, 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 ja. Kommt alle her, kommt alle her, gibt Körner für alle. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Alter, so viele Eier. Also kommen die Weizenkörnern mal loswerden. Das Bediennis ist eigentlich immer davon immer wichtiger, weil durch die Eier kommen die zu jene Schümer aus. Da sieht das aus. Komm, kommt noch rein. Da geht's. Nein, doch egal. So, mal gucken. Ein bisschen Magina spawnen. Eins. Zwei bei 16 Eiern. Drei. Ich glaube es waren jetzt vier bei 32. Sechs. Ziegen. Na gut, es geht. So. Hier ist auch noch so viel Arbeit. Oh Gott. Herr Hauptelmann, tschüss. So, hier hatten wir ja noch einen Haufen Holz. Und daraus machen wir uns jetzt ein paar Küchen. 30 Stück Sürden. Riesen. Lass mal nochmal das Schwert auswählen. Zack. Die Melone kommt nach unten. Die Melone kommt nach unten. Nein, nein. Biet. Die Melone kommt nach oben und Kost. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Falsch. Das macht mir doch nicht. Oh, das ist ein Falsch. Das ist ein Falsch. Das dauert nicht. So. Die kann man doch noch öffnen, ne? Ja, ok. Ok, wir brauchen definitiv noch weitere Gisten. Hier müsste noch ein Zaun rum. Haben wir da noch was? Vielleicht sollte ich generell jetzt auch erstmal ein bisschen sortieren. Och, Seelensand haben wir ja noch ohne Ende. Krass. Eisen. 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 Redstone, Redstone. Warum habe ich das hier angemacht? Ich weiß es nicht. Tank. Stein. Okay. Hier ist Stein. Da braucht kein Andesig mit rein. Alles normaler Stein. Hm hm. Brauch nochmal Stein. Da liegt das immer noch nicht. Ach er ist, ja wie genau das ähne wir kommenados. fifty synen온. Do soja, die Schlafer achs hablabt. haben wir hier noch Stein, Andesit, Andesit, Kies, Stein, okay. Stein war hier, ist ja gut, Mucke, dann holen wir jetzt noch ein paar Nederratzen und machen nochmal ein paar von den Spischeblücken. Okay. 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 So, vielleicht sollte ich mir, geht der in die Lava, leider nicht. Schade. Vielleicht sollte ich mir mal eine Liste machen, was ich überhaupt noch alles hier abarbeiten will, damit man das hier Schritt für Schritt auch macht. Na, such eine Kacke. Wie kann er denn jetzt sein? Also die Tür ist schon klar, aber warum? Ja. Na gut. So. Und doll ist es nicht. Aber wir können erstmal wieder das Loch ein bisschen weiter schließen. Hört sich falsch an. So. 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 und wie abgezählt ok dann machen wir hier in der nächsten folge weiter ich bedanke mich bis dann